Hallo, ich bin Jenny. Ich bin ein Gründungsmitglied vom Lolo, dem Unverpackt-Laden in Kehl, mit Bistro und Kaffee. Also die Location kommt durch die Bank weg gut an. A, die Tatsache, dass wir die Kirche wirklich erhalte haben und auch versucht habe, wirklich viele Elemente von der Kirche zu erhalten. Die Idee ist ganz klar Müllvermeidung. Wir ertrinken im Müll. Wir geben den Leuten die Möglichkeit, schon beim Einkauf anzufangen, einfach auch ein Bewusstsein dafür zu entwickeln und im Zuge unserer Wissenswerkstatt dieses Wissen auch weiterzugeben, wie kann man nachhaltiger zu Hause leben, vielleicht sogar ganz einfach Produkte selber herzustellen. Das war uns natürlich nicht nur bei unseren Lieferanten und Produzenten wichtig, dass die Nachhaltigkeit eine große Rolle spielt und auch der ökologische Gedanke, sondern auch bei unseren Partnern, was unsere Geräte angeht. Wie beispielsweise das Thema Wassereinsparung pro Spülgang. Und da sind die Produkte, die wir haben, natürlich top. Wir haben natürlich die Gläserspülmaschine hinter der Theke mit dem Flaschenspüleinsatz, was für uns besonders wichtig ist, da wir unsere Limonade und Eistees selber produzieren, in Bügelflasche abfüllen. Ich kann es gar nicht oft genug sagen, dieser Flaschenspüleinsatz ist sensationell, weil die Flasche vorher nie richtig sauber wurde und so wird wirklich jede Flasche gezielt gespült. Die Möglichkeit eben diesen einen großen Kombidämpfer in zwei kleine, also mit denen arbeite ich wahnsinnig gern. Einen benutze ich fast nur zum Backen, während ich im anderen dann Dinge produziere, also sei es das Gemüse-Röste für die Grundsoße oder für die Suppen. 1 2 3 2 3